der flucht gut so wir haben zwei runden ich habe hier schon multibus hörte mega der munition die du die dämonen und in die geschehen findet es ganz okay das ist sehr viel und sehr gut haben wir noch zweiten platz weil wir haben gehen so viele haben nur anfang seine verpasst so samir würde er empfungen in dir der der hinterlassen der gegnerstände aufnehmen kannst okay das gehört dann effizient du den rüstung rüstung gegen gestände okay was nächste erzählt deine gläude kilt aus großen erfährungen okay ich finde ich sogar durch höhe ist gläude kilt schneller aus was ist gläude kilt bitte die er was duldlich gesteinerte bewegung und blut in einen doppel sprung okay klingt interessant aber das kommt ziemlich interessant wo sie sagen wenn ich dann wechseln wir das haben wir nicht bekommen so das haben wir rüstung das klingt auch nicht schlecht aber wenn man lesen ich glaube es kann man das alles verbesserung verbessern wenn das wäre schon hälfte jetzt ist einfach koffe führt durch die ganze spiel wenn nicht dann wir sind auch fälze die spiel schon und das finde ich leid das bleibt zusammen 100 munition gegenstände 100 500 also wir machen das weil das glaube ich bekommen wir noch extra von monster noch so rüstung muss mir hier reingehen doch muss mehr diese einer grunde haben wir genommen ausweilen eigentlich wohl den aber machen an mir gemacht wollte ich nicht ich wollte eigentlich schon ich war sage ich war jetzt von gerüstung alter unter uns ist eine rüstung unter uns wie unter uns was habe ich jetzt gedruckt weiter what scharf ich glaube muss mit einem tag angehen so leute ich werde sein würde die marke komplett durch und schneiden zureden pakten sonst machen wir ganze mission opfer 9 alle ok diese waffe ist beschissen alter ich kann dich nicht wie sehen du spuckt was so wo bin ich jetzt hin gelandet ich frage mich jetzt wo bin ich wo werde ich jetzt gelandet ach hier wo habe ich das abgeschlossen nice gott sei da habe ich diese runde gemacht ich weiß machen wir kurzer prozess mit den monstern kannst du weg gehen alter bist du weg ja das ist ein bisschen diese waffe ist ein bisschen scheiße ich will nicht genau das will ich dein blut sehr hat dass diese scheiß also die effekte das finde ich nicht so wird den meisten sie muss 25 machen dann würde wahrscheinlich noch schneller ok gehen wir da rein so was schauen wir mal kurz da haben ja da haben wir die rüstung raus runter also ich glaube ich bin schon richtig oder ja unter uns irgendwo sollte die us also das ist die stein da musste ich irgendwo so hier drauf gehen so und das sollte irgendwo dort aber ich will nicht brennen scheiße mein rüstung ist weg so aber wir waren so am anfang hier weil diese türen sind zu früh war sie offen noch ich glaube das war vor zwei folgen da ich glaube richtig ich weiß nicht mehr ich gehe irgendwo wo mir nicht gefällt so besonders auch nicht schon wieder diese verdammte scheiß kugelmonster jetzt auch scheiße ich was wo ah hinten war noch einer das habe ich nicht gesehen neuen laden ich weiß auch wie er kommen ich weiß wenn ich schon wieder am verrecken gehen wir nochmal ohne scheiß ich will diese verdammte rüstung haben da weg da so da bist du weg gott sei dank ein programm waffenpunkt haben bekommen so gut ich bin hier und das ist ich bin komplett verkackern da oben wieso da oben kommen also das ist so duster ich sehe meine aschen ohne scheiße wiederhole ich mich aber ja egal egal aber ich sage nur mal wache wie es ist ich sehe nicht echt ohne scheiß wo ich laufe da gehe ich nicht dann springen sie sofort tot das irgendwo unter uns der muss irgendwo von ah legt mich aus gibt es irgendwie eine andere methode das kann ich einfach rein gehen das klingt mir nicht so versprechen aus irgendwo da da muss ich so so besiegen die monster hoffe ich nicht so das zeigt mir das sollte ich hier um irgendwie irgendwie so okay das war ein bisschen so hoch wir müssen da antreten muss ich wahrscheinlich auch wenn ich nicht will muss ich so machen es gibt treppe und da ist die kann ich irgendwie dahin gehen ohne dass ich einfach verrecke sollte theoretisch so sein dass ich ja geschafft nein nein ich will gewisse ja gefahren und genau andere richtung eine weg war nicht okay schön habe ich freue mich und der kopf von toddy nochmal wie soll das jetzt herunter gehen das ist da rüberschwingen das ist ja wahnsinnig das ist noch beschissener ich glaube die ich habe gedacht wir sind zu weit okay da haben wir schon gemacht sehr gut das freue mich übertrieben riesigen riesig aber was ich will noch mal gehen wir einfach dann gehen weiter du bist du ein super wie du egal ein ich glaube gefühl ich soll dann es ist schwer wir sind da selbst mich für kacke ein schon wieder Neue Monster Warte 2, ja ist klar Ich bin OP Alter Jetzt bist du weg Schau, eine Überraschung Alter, oah 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 Kannst du nicht Keine Muni oder was Oh ja Ich werde so froh, wenn der Werde ich verrecken Weil der ist so über die Scheiße Wow Juhuuu Yeah Die Waffe ist schon gut Find ich Alter, wo bin ich gelandet Jetzt war eine Scheiße Muni ist 100 200 Punkte Gut Das machen wir gleich Ich will nur alles erstmal was sagen Was hier ist Herr Rasse von Beendet Geil Haben wir alle Informationen Wahrscheinlich Bekommen Akate aktuell Diese Karte Autospeichern Geil Auch nice Aber siehst du es hier Ich sollte hier Gut Das sind wir jetzt ganze Aktuelle Scheiße Dann haben wir noch ein bisschen Zu entdecken Gibt es irgendwo Was ich Interessant finde Kann Loll Ich zeige nur die ganze Karte Aber wo ist was Das zeige ich mir überhaupt nicht Ist gut So ein Scheiß So gehen wir hier Dieser Dämon hat wohl ihre Schlüsselkarte Sie müssen sie wiederholen Ohne Zugangsberechtigung kommen sie nicht in die Bahnstation Gut zu wissen Die Muni ist wenig wenig Alter Langsam habe ich das Gefühl Meine Muni ist manchmal Übertrieben Knapp So jetzt machen wir auf Weil da haben wir ja schon Entledigt Alles Äh Ja super Geht zu wissen Ich nehme dich Jo Ist jo Vierfache schaden Ja What Ich will nicht so Super Gute Super Super Alter Alter Ist schon dort Läuft Ja Vierfache schaden Was Könnte ich daran denken Ein Schüsse sind Sie sind weg Oder mehr schaden Jo Ich mag mich selber schaden Ihr ist ja Klar Äh Gibt es noch was Hä Wo ist noch Monster Ah Da sind Ah Du bist auch da Ich habe gesagt Du bist also Nämlich schon vermisst Du meine Liebe Alter Willst du mich verraschen Steh ab Und das wäre das Oben von dort Das ist ja so gesagt Juhu Ne Ah Papa Na Willst du mich umbringen Okay Okay Tomila Willst du mich Willst du mich Danke für Muni Gut Oh Endlich Muni Och du scheiße Ach du heilige Teile Wow Wat Weg damit So Mein Handy Heils mal aus Jetzt Oh Oben haben wir eine Rüstung Gut Dann Treppen Da ist oben Und dann runter Gut Wie viele Rüstungen haben wir noch Noch zwei Okay Also Zwei haben wir Ganz oben Wie habe ich die richtig gesehen Da Da Und jetzt runter Irgendwo hier sollte Rüstung sein Da liegt die Mal sehen wie viel haben wir schon punkten Neben Rüstung Punkte Vier punkten Nice Dann kann man ja da ein was rein machen Was wollte ich über den machen Das weiß nicht Also das habe ich ja voll schon gemacht Schnell ich das mehr auf die Schnelligkeit Was hier Hier Explosion Die Fässer Richtig bei dir Keine Schaden Mehr an Oh Das klingt Sehr gut Manchmal Die Fässer Oh Hier haben wir Rüstung Waffenpunkte Ja So was haben wir hier Der Kompass 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 Also die oben welche die leist Okay Die Kompass Pulsing wenn wir Der versteckte Bereich In die Nähe befindet Okay Das klingt auch nicht schlecht Granaten jubt mich überhaupt nicht So wenn du Verkündete Nachladen Zeit Ja Für die Ausrüstung Okay nehmen wir trotzdem Wir haben ja noch zwei punkte Passt wunderbar So So Das haben wir Dem wir auf der Waffe Strotti Du hast fast alles Musst du mir da erledigen Diese Mission Das Ja Gut Was haben wir hier Eine Oh Nur eine Kann man nichts machen Gut Das ist bei uns so selten Aber Warte 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 Was hier habe ich Äh Ich nehme diese Mache ich Genau Mini Raketen Genau Das benutzen sie auch Aufs Versehen habe ich auf diese Ziele So Und ich habe gedacht Das ist viel geiler Aber leider ist es nicht so viel geil So Raketen Munition Was Reduziert der Munition Kosten Ah Das nehme ich Das finde ich so top Das finde ich wirklich top Äh Reduziert der Nachladen Zeit Der Mini Raketen Oh Das nehme ich auch top Und das allerletzte Oh Und da haben wir keinen Punkt mehr Warte Was ich wollte unbedingt Hier haben wir beide gesperrt Okay Ich habe das nicht benutzt Die Oh Das habe ich Das habe ich genommen Okay Raketen Ziel Warte Fassen Dämonen deutlicher Schneller an Ja das nehme ich Das ist super Idee Äh Reduzieren der Zeit Bevor wir weitere Zielerfassung möglich Gut Pistel Hat noch einen Ich habe so gesagt Ich habe es bis zu auf 100 schon Okay Entscheiden nicht Schade So Bewegung und das schnelle 5 Punkte Meine Güte Das was Der Streit verfügt ihr jetzt über eine Verhandlung Trefferbereitung Herum Okay Ich werde lieber das haben Ich kann ja aussuchen Diese aufladen Zeit wird Strahlung der Genau das ist Fehler Was ich ich über die Schlange Nächste Verbesserung Der mod kostet 6 Punkte Ach So ein scheiß Hatte ihr mir Reingemacht Okay Deswegen kann ich auch Suchen mir erstmal So Die muss ich machen Die bin nur sehr Der ist scheiße wenn ich Das Man muss überlegen Mir Das wird er noch machen Gut Punkt